Oh, da geht's hoch. Ich will mein Geld irgendwann mal wieder ausgeben. Öh! Ich bin hier! No... Oh, ist das dein Ernst? Ich habe von diesem Ort gehört. Noria-Höhle. Oh. Oh. Oh Gott. Der Troll wird der Ballrock sein. Obwohl, warte mal, die Orks hatten einen Höhlentroll. Wenn ich mich nicht irre. Die sind die Noria-Höhlen. Die Noria-Höhlen? Ja, die Noria-Höhlen. Habt ihr das gehört, Relvit? Die Noria-Höhlen. Hm, halt, wartet. Was sind die Noria-Höhlen nochmal? Sie sind uralte Bergwerke. Früher gab es ja ein Fehlentlager für nur... Was... 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 Was ging in den Köpfen der Entwickler vor, als sie das programmiert haben? Ganz ehrlich, ich habe doch selbst Zauberpilze geschlüffelt. Oder grau... Keine Ahnung was, ey. Oh Gott, oh Gott. Oh, verschlucke ich mich sogar. Früher gab... Ich kann nicht, ich kann das nicht vorlesen. Früher gab es ja ein Fehlentlager für Nudisten, das vom Zauberpilzvolk... Aus dem Schwammland ins Leben gerufen wurde. Die niedrigen Temperaturen... Oh, hohe Luftfeuchtigkeit... Ich muss das gerade nochmal vorlesen, ich kann es sonst nicht. Oh, Luftfeuchtigkeit bieten tatsächlich optimale Bedingungen für Pilzwesen. Oh, doch ihre Grabungen waren zu gierig und zu tief und wecken auf, was niemals gestört werden sollte. Den großen, fiesen Troll... Also doch der Ballrock. Mit seinen Lakaien fiel er in die Höhlen ein und... Ich will nicht erwähnen, was aus dem Zauberpilzvolk wurde. Seither hat sich außer ein paar Trollkühlen entdeckern kaum eine Seele in diese Höhlen vorgewagt. Ich hätte es gern vermieden, diesen Weg einzuschlagen. Seid alle auf der Hut. Ja, über den Pass des Karadras ging es einfach nicht. Ihr werdet doch noch nicht zulassen, dass sie mich erwischen, Koro. Ich... Ich habe keine Angst. Eine Höhle voller Trolle. An solchen Orten hänge ich am liebsten ab. Oh, meine Güte, ey. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube einfach nicht, wo ich hierher hingeraten würde. Das geht einfach nicht. Ein Schleim! Oh, was war das? Oh, wie soll ich da wieder hochkommen? Boah, ich hasse sowas. Alter! Was geht ab? Ähm... Ja. Weil ich mir die Füße nass mache. Was ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen blöd finde, ist, dass ich nicht mal hochkomme. Und ich habe mich da noch nicht umgeguckt gehabt. Vielleicht hätte ich sterben sollen. Das hätte es vielleicht gebracht. Na ja, vielleicht komme ich ja noch mal rein. Was geht ab? Was geht ab, ey? Was geht ab, ey? Jetzt kommt der Trolle oder was? Die Brücke scheint zerstört worden zu sein. Ich glaube, wir können drunter durch. Seht euch dieses hübsche Wesen an. Ich geht ab, die Trolle haben mich gefunden. Seht auf der Hut. Sie verstecken sich und sind extrem schnell. Ach, sie ist so hübsch mit ihrer rauen Haut und dem lieblichen Törn. Ich weiß genau, dass sie dem Häuptling gefallen wird. Was ich ganz besonders an dir mag, sind die großen Muskeln. Diese herrlichen Kurven. Ich wusste doch, dass sich diese vielen Stunden im Fitnessstudio bezahlt machen würden. Los, greifen wir sie uns. Vorsicht, Frau Lerwina. Da sind sie. Was? Hey, komm zurück! Ich bin die hübsche Kreatur! Äh, ich wollte sagen... Los, Kuro, helfen wir, Minus! Ich mag mir gar nicht ausmalen, was dieser große, fiese Troll ihm antun wird. Oh, das war jetzt Genius-like von mir. Oh nein, ich hab hier ne Kiste. Oh, die Konärz! Geil! Aua. Ah, ich hab mich getroffen. Ach, fuck it. Alter, was geht hier schief? Ohne Scheiß. Hä? Ha 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 ha! Ey! Höh! Alter, ernsthaft? Ey, sag mal! Da, 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 da! Grrrr! Wie hin, dass ich irgendwie gefühlt die Hälfte hier verpasst habe. Guck mal! Ach, daneben! Ha! Ja! Ha 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 ha! Strategie, meine Damen und Herren! Strategie! Schöne aus Entfernung. So, hier sind wir jetzt. Ah, Mist. Ja. Ich will wieder hoch! Ich will wieder zurück! Mann, ich hab Dinge verpasst wahrscheinlich. Irgendwas bestimmt. Wartet! Ihr geht nach oben? Hm, ich auch. Wie scheißen random war das jetzt gerade? Schönen Tag noch. Oh Gott! Wird das wie extra Agro oder wat? Ha! Ha 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 ha! Ernsthaft? Ernsthaft? Oh! Perfekt. Wie, wie, wie scheiße? Wirklich, wie, 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 wie kacken random war das einfach? Ich war im Wasser. Ich war im Wasser. Woher zum Geiger soll ich wissen? Einfach vor... Ah, Mann! Ich hasse es, wenn ich... Irgendwas verpasse. Oh. Kann tatsächlich runter. Und da geht's weiter. Das sehe ich jetzt auch so. Noohohoin! Schon wieder den gleichen Fehler. Mann! Egal, sterbe ich einfach. Hm, hm. Ja, das... Ja, ein bisschen... Ja, gut. Sagen wir es mal so, ich habe nicht alles verpasst dadurch. Alter, ernsthaft. Oh, das ist so... Scheiße! Ja, das war so klar. Ich bin gerade dezent aggro. Spiel verarsch mich einfach. Oh, ich... Alter! Mann, ist es trimmendus in dem Fall! Alter, fuck auf einfach. Nein! Komm! Das ist doch nicht dein Herz! Warum bewegt sie, dass ich das nicht mag?! Auf mich anzuspringen! Ja, klar! Das ist echt ein Geiler! So, her damit! Komm runter! Ich kann wieder hochfahren, danke! Hochfahren! Komm her! Danke! Ich hab schon wieder verpasst! Obwohl, da war nichts. Gut, dann vergiss es einfach! Ich hab nichts gesagt! Ja, na klar! Weißt du was? Ich mach's mir einfacher! Fuck off! Könnt ihr die mir irgendetwas? Lausige Sch... Kackteile einfach! Alter, spring einfach! Diese Art von Spiel ist einfach nicht für mich! Na klar doch! Na klar doch! Ja, komm! Ich bin gestorben! Ach, stirb einfach! BATS! Ich bin gestorben! Ich würde mich ja richtig angotzen! Ja klar Komm, weißt du was? Geh einfach weg und stirb Na klar doch Ja Weißt du, keine anderen Hobbys oder was? Ach komm schon Das ist doch nicht dein Ernst Komm, greif an oder was? Level ab ey Oh, Stufe 24 plus 3 Angriff Ich glaube, damit kann ich dich schneller killen einfach Na klar Oh, ich mähe noch's wieder Oh mein Gott, ich hasse solche Einlagen Stirb Oh Gott, was geht hier ab? Ja Ha Im Flug erwischt, Alter Im Flug einfach Oder Der ist Aber Das war's für heute.